Bevor Sie Outlook einrichten, brauchen Sie eine Mailadresse. Sie erhalten eine solche Adresse samt Zugangskennwort entweder über Ihre Webseitenanbieter oder bei einem von vielen kostenlosen Meldienstleistern. Zum automatischen Einrichten von Outlook müssen Sie folgende Informationen parat haben. Ihre Mailadresse, das Kennwort für Ihr Postfach. So geht's. Falls Sie Outlook schon verwenden und ein neues Konto hinzufügen wollen, klicken Sie auf Datei, Kontoeinstellungen, nochmal auf Kontoeinstellungen und dann auf Neu. Warten Sie jetzt ein paar Schritte im Film ab, gleich vereinen sich die beiden Wege in denselben Dialogfeldern. Wenn Sie Outlook noch nie benutzt haben, erscheint nach dem Start als erstes dieses Fenster. Klicken Sie auf Weiter und beantworten Sie die Frage, ob Sie Outlook für ein Mailkonto konfigurieren wollen mit Ja. Jetzt geben Sie Ihren Namen ein. Dann Ihre Mailadresse und schließlich das Kennwort. Nach einem Klick auf Weiter versucht Outlook das Konto automatisch einzurichten. Es hat geklappt. Das ist nicht immer der Fall, denn Outlook kommt leider nicht mit allen Mailkonten gleichermaßen gut zurecht. Wie Sie in so einem Fall Ihr Mailkonto von Hand einrichten, zeigen Ihnen weitere Lernfilme. Wie Sie hier mitllen story muss? ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020